Herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite noch. Bevor ich jetzt beginne, die Technik hochzufahren, was unter Umständen auch vielleicht zwei, drei Sekunden bedeutet, ein kleiner Hinweis, wenn Sie wirklich ernsthaft über das Thema was wissen wollen, lesen Sie den Beipacktext. Den Beipackzettel. Heute möchte ich es eben nicht ganz so ernst machen und mache jetzt ganz was Riskantes, Hochgefährliches. Wir haben gehört, Risiko ist ganz was Schlimmes in offenen Szenarien. Und zwar, ich lade Sie alle ein, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, und zwar in die ganz nahe Zukunft. Und die ganz nahe Zukunft heißt, Sie haben diesen wunderbaren E-Learning-Tag hinter sich. Sie haben so viele Eindrücke mitgenommen, so viele tollen neue Ideen eingepackt in Ihren Rucksack, setzen sich in ein Zugabteil und haben es dort das erste Mal für den heutigen Tag wieder so ein bisschen richtig fein ruhig. Und Sie schließen dabei die Augen und möchten Sie einladen, das ein bisschen nachzuvollziehen. Sitzen Sie im Abteil, schließen die Augen. Die in der vorletzten Reihe bitte nicht spindeln. Lassen Sie ruhig einmal gehen, schließen Sie die Augen. Und während Sie das machen, der Zug fährt gerade aus dem Grazer Hauptbahnhof aus, hören Sie dieses typische Geräusch, wenn heute der Waggon dann über diese Schnittstellen der Schienen fährt. Und Sie hören dann immer dieses typische. Und ganz intuitiv machen Sie einfach mit. Das heißt, egal ob Sie mit den Händen dann irgendwo auf die Armlehne Ihres Zugabteils drücken und immer das mitmachen, oder ob Sie das Ganze mit dem Fuß machen, ganz egal. Manche intuitiv machen das auch gern mit dem Fuß und Sie machen das einfach nach dem Geräusch. Das heißt, Sie machen das auch gern mit dem Fuß und Sie machen das auch gern mit dem Fuß. Das heißt, Sie machen das auch gern mit dem Fuß und Sie machen das auch gern mit dem Fuß und Sie machen das auch gern mit dem Fuß. Und Sie haben das gehört aus dem Nachbarabteil und sagen Sie, das sollte auch immer schon gern am Lagerfeuer sitzen, am Mundharmonika warten und das auch nichts zu machen. Und wie Sie alle geübt sind, sofort das Smartphone raus, was tun Sie? Sie gehen in den nächsten Online-Shop, suchen sich unter Blueshub so eine tolle Mundharmonika aus. Kostet nicht sehr viel und natürlich bei Knopfdruck, das ist schnell getan. Haben Sie es in zwei Augen, Penny in der Wohnung. Sie halten es dann so wie ich in der Hand und das erste Mal erschwecken Sie und sagen Sie, ja und, wie mache ich das jetzt? Wie lerne ich das? Und das war genau der Ausdruckpunkt dieses Lernlichtseriments. Das heißt, die Idee war, nichts anderes zu tun, wie Studierenden dieses Instrument in die Hand zu drücken und Sie sagen, jetzt haben Sie sechs Wochen Zeit, sorry, danke schön. So, dieses Instrument in die Hand zu drücken, Sie haben jetzt sechs Wochen Zeit und machen Sie einfach was draus. Und man merkt schon, das passt irgendwie ein bisschen zum heutigen Tag sehr gut. Offene Lernszenarien, Evaluierung, wie gesagt, deshalb nicht ganz ernst gemeint im Sinne von hochwissenschaftlich jetzt betrachtet und aufgelöst, sondern einfach zu zeigen, wie das Experiment gelaufen ist und dann auch zu zeigen, was ist dabei herausgekommen. Also, nochmal willkommen zu diesem Experiment. Das war der Ausgangspunkt und wie ist das Ganze abgelaufen. Ich möchte das ganz kurz einfach hier grafisch zeigen. Am Anfang erfolgte hier eine Einladung an die Studierenden. Schauen wir mal. Das mag halt nicht, dann zeichne ich es nicht, sondern schildere es nur. Und zwar eine Einladung erfolgte an die Studierenden per E-Mail, dass sie an diesem Experiment teilnehmen mögen, also wer Interesse hat, und zwar zwei Jahrgänge, zweites und ein viertes Semester aus unserem Studiengang. Und die konnten also sich freiwillig hier anmelden und konnten hier mittun. Und es haben sich dann erfreulicherweise 15 Studierende bereit erklärt, sich auf das Experiment einzulassen. Nur aus dem zweiten Semester, da das vierte Semester gerade am Sprung schon in ihr Praktikum war und für solche Zusatzaufgaben einfach den Kopf nicht frei hatten. Wir haben uns dann eben getroffen zu einem Kick-Off-Meeting und dort wurde das Instrument übergeben und die Lernaufgabe wurde noch einmal formuliert. Und aus diesem Kick-Off-Meeting gibt es jetzt ein Kurzvideo, das beispielhaft anhand von zwei Studierenden dann aufzeigt, wie also die Stimmung war, wie es abgelaufen ist und vor allem, was sie sich selbst für diese sechs Wochen vorgenommen haben. Und dann schauen wir gleich mal rein. Ja, mein Ziel ist erstmal herauszufinden, was genau man eben mit der Mundharmonika machen kann und was ja alles Mögliche ist damit, weil ich früher nur Klavier gespielt habe und vielleicht kann man das irgendwie vergleichen. Und ich will zehn bis zwanzig Sekunden drauf spielen können. Das ist ein Ziel. Okay. Also ich hatte als kleines Kind so eine rot-gelb-bunte Muttermonika und habe es geschafft, meine Eltern so damit zu nerven, dass sie mich wirken, dass sie mir sie weggenommen haben und seitdem habe ich sie auch nie wieder gefunden. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, wenn ich am Wochenende heimkomme. Aber ich denke, sie finden das ganz witzig und ich versuche wirklich, mir auch über YouTube oder mir das auch mal anzuschauen, mir ein Lied rauszusuchen und es dann auch wirklich mal anzugehen und dann, wenn ich einen Anfang schaffe, bin ich froh und wenn ich es ganz schaffe, dann denke ich, hey, hast du endlich was geschafft? Was ich mir wirklich nie zugetraut hätte, weil Musik habe ich auch aufgegeben, nachdem ich ewig lang klassische Gitarre gespielt habe und das war nichts. Deswegen, ja, klassische Gitarre ist wirklich sehr fad. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt wieder was, wo ich ein bisschen Elan reinstecken kann und echt ein Ziel vor Augen habe, ein Lied. Ich hoffe, Sie haben es ganz gut mitbekommen, was also hier an Stimmung vorhanden war beziehungsweise auch an Aufbruchstimmung, Motivation, Energie und so weiter. Und das ging dann insofern weiter sechs Wochen, ganz genau abgesteckt, mit dem Ausblick auf ein Abschluss-Event. Und der Abschluss-Event hieß dann, jeder soll vorgetragen, wie weit er gekommen ist. Das heißt, es war tatsächlich so ein kleines Konzert geplant. Während dieser sechs Wochen passierte mehr oder weniger nichts, außer über die Plattform wöchentlich eine ganz kleine Erinnerung, dass es auf der Plattform dieses Lerntagebuch gibt, wo man hineinschreiben sollte, also was man gemacht hat, wie man auf die Lernaufgabe zugegangen ist und vor allem, welche Unterstützungselemente geholfen haben dabei. Sonst ist nichts passiert, wobei auch versucht wurde, durch diese Nachrichten also keinen Einfluss auf den Lernprozess zu nehmen. Also keine Tipps, keine Empfehlungen, nur einfach zu erinnern dran, mich gibt es noch Hallo und schreibe einfach was rein. Hat nicht wirklich gut funktioniert. Die Studierenden waren nicht gewohnt, damit sorgfältig umzugehen. Habe mir was anderes überlegt und habe gesagt, gut, dann filme ich das Ganze, was Sie da mitgemacht haben. Abschluss-Event. Das heißt, zuerst einmal haben wir geschaut, was ist dabei herausgekommen und ich habe jetzt versucht, immer dieselbe Dame hier in den Vordergrund zu spielen. Einmal so als, was ist bei der Dame individuell passiert und dann auch noch zwei, drei andere Feedbacks einzuholen. Das heißt, jetzt kommt zuerst der Vortrag dieser Dame, die sich also die Mundharmonika vorgenommen hatte. Das heißt, ich wollte das gut hinkriegen. Ja, noch mal. Mach einfach weiter. Das war also Learning Outcome und wir versuchen nun herauszufinden, was also hier an Reflexion dabei war, also wie es gegangen ist, was benutzt worden ist. Da habe ich im Internet eben auch nachgeschaut, weil das natürlich der erste Weg ist, was wir tun haben. Ich bin dann aber sehr schnell darauf gekommen, dass mir die meisten YouTube-Videos überhaupt nicht zugesagt haben, weil es waren irgendwie merkwürdige Gesellen, die da irgendwas ins Video reingemnussiert haben. Und dann, also irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Und da ich sowieso immer gerne was in der Hand habe, um was zu lernen, bin ich dann in die Bücherei in München gegangen und habe mir dieses, das Einzige, also die Bücherei in München ist ja wirklich riesig, das Einzige, die Mundharmonika-Buch auskommt. Komm, wir können das kurz mal hochhalten, das wäre super, oder? Nein, genau. Oh nein, das ist so der erste, das ist Kurskirchen. Und das ist ein Konfettkurs. Und es hat auch eine CD dabei und alles geliefert. Und da werden dann so den einzelnen Schritten noch auf der CD, jetzt kann man sich das nochmal anhören, dann nachspielen. Und da war ich am Anfang auch toll dabei, bis meine Eltern haben, meine Eltern sagen, kannst du mal in den Keller gehen oder auf den Spalten? Oder irgendwie nervst du da. Und am Anfang steht zum Beispiel drin, wenn sie meinen, sie könnten gewisse Seiten überspringen, da haben sie sich geschnitten. Ich bin natürlich so der Typ. Das ist eigentlich mein Lied. Ja, das ist ja easy. Also ich fand es relativ schwer, da reinzukommen. Bin jetzt ehrlich gesagt, in dem Buch nicht so weit gekommen, aber das Lied war für mich, sag ich jetzt mal, ausreichend. Und was man da alles machen kann und was da für Techniken gibt, das hat mich ja völlig überfordert. Also ich bin da auch wirklich bei meiner einfachen Technik geblieben. Fand aber auch, dass das Instrument, sag ich jetzt mal nicht, das mein Favorite ist. Weil, ich weiß auch nicht, dass ich dann irgendwie, nee. Also auch allein, wenn ich die CD reingelegt hatte, dann hat es angefangen zu spielen, dann bin ich immer ganz nervös geworden und wollte es wieder ausmachen. Und auch mit der Zeit. Also ich denke, ich habe auch noch Italienisch zusätzlich und während das, ja, das ist schwierig. Weil ich habe zum Beispiel dann den Zauberwürfel für mich entdeckt und den konnte ich innerhalb von einem Tag, weil ich so einen Ehrgeiz entwickelt habe, den schnell zu lösen. Und mittlerweile, das geht aus dem Handgelenk raus. Aber das mit der Mundharmonika, da habe ich dann irgendwann nicht so den Ehrgeiz. Also der Ehrgeiz, der blieb nicht, sondern es war nur am Anfang diese Euphorie und ich bin irgendwie nicht mehr so, ich war dann noch, ja, ich sollte mal was dann kriegen. Ja, Sie haben mitbekommen, seit über zehn Jahren beschäftige ich mich mit E-Learning. Das war das erschütternde Beispiel auf der einen Seite, ja, das Buch. Wobei es für mich nicht so erschütternd ist, weil ich selber viel mit Büchern arbeite, aber als E-Learner, weil meine Fragestellung war schon im Hintergrund zu schauen, wie viel sozusagen das Internet eine Rolle spielt in der Aufgabenstellung und ob Internet überhaupt automatisch auf das Internet zugegangen wird oder nicht oder andere Medien ebenfalls eine Rolle spielen. Und dann sozusagen zu unserer Ehrenrettung gab es auch ein paar andere Beispiele. Das heißt, es gibt jetzt nochmal ganz kurz einen anderen Vortrag, um zu sehen, welches Niveau haben die Studierenden erreicht in diesen sechs Wochen und dann zum Schluss gibt es also hier nochmal zwei Stellungnahmen. Ich war am Anfang eigentlich, also die ersten paar Tage war ich auch ziemlich motiviert und habe eben im Internet geschaut, und was ich eigentlich zuerst wollte, das Spiel mir das nicht vom Tod wollte ich lernen und dann bin ich aber irgendwie drauf gekommen, dass das da irgendwie die Fallstrophe ist oder das dann so halt irgendwie mit einer anderen nicht F oder irgendwie sowas, glaube ich. Und ja, aber habe mir dann mehrere Videos angeschaut, also auch, ich kann mich jetzt nicht, weil das ist schon, danach habe ich eigentlich gar nichts mehr, aber bei mir ist es irgendwie so, ich wollte das unbedingt lernen und dann war aber irgendwas, was ich nicht verstanden habe, und das mit Bending oder so war, habe ich das nicht gecheckt, irgendwie, ich habe mir dann auch auf Wikipedia, ich habe mir dann, was ist das überhaupt, und ich habe das also echt in den Tuch, irgendwie, keine Ahnung, ich wusste das nicht so genau. Ja, und dann mit der Zeit, wenn dann irgendwie, jetzt sich nicht so schnell einen Fortschritt einstellt bei mir oder so, dann, dann, dann lasse ich es irgendwie, es ist irgendwie, oder was halt irgendwie, und dann habe ich auch eben nichts mehr wirklich gemacht. Ja, also ich habe am Anfang mal voll die Euphorie gehabt und so, und dann habe ich gleich einen YouTube-Channel gesucht, da war es wirklich, das ist jedes Mal, wenn du geschaut, also da hast du wirklich nach der Reihe, die machen können, und da habe ich das am Anfang auch geübt und so, und habe am Anfang nur geübt, in der Einzelnen zu spielen, sie auf und runter zu spielen, und keine Ahnung, auch irgendwie das, der hat dann halt auch erklärt, dass ab dem siebten Ton da, dass es umgekehrt ist, dass das Reinziehen, der Höhere ist, aber keine Ahnung, war ganz brav am Anfang, und dann irgendwie, ja, bei mir ist das halt immer so, ich habe das auch in der Volksschule nie mögen, wenn ich offenes Lernen gehabt habe, wenn ich Aufgaben kriege, dann habe ich sie entweder am ersten Tag gemacht, oder am letzten, aber ich kann das nicht einteilen, also ich brauche auf jeden Fall jemanden, der was sagt, du musst das an dem Tag erledigt haben, und dann habe ich das auch an dem Tag erledigt, auch wenn ich mir selber zielsetzen muss, auf irgendwas, dann never happen. So, und damit komme ich auch schon zum Schluss, weil meine Zeit geht dem Ende zu, das waren jetzt ein paar Beispiele, und ich dachte mir, das sind Berufsinnere, über das zu sprechen, was das Lernexperiment gebracht hat, dass ich selber immer zusammenfasse, trotzdem probiere ich das, und was für mich schön ist, ist, dass diese Präsentation ist wirklich, und ich schwöre das, vor diesem E-Learning-Tag entstanden, aber für mich ist das fast wie eine Klammer aus allen den Themen, die wir angeschnitten haben, und man sieht jetzt so vier Symbole, das erste Symbol einmal für mich ist, was rausgekommen ist, die Uhr, das spricht die Zeit, Symbol für Zeit, mein Eindruck war, dass die Studierenden für diese Zusatzaufgabe praktisch keine Zeit hatten, nicht nur gefühlt, dass sie keine Zeit hatten, sondern auch während des Studiums in Rückmeldungen gezeigt haben, es ist fast unmöglich, dafür auch noch zusätzliche Zeit zu erübrigen. Also das Thema Zeit ist seitdem für mich sehr präsent, und ich versuche, das in den Planungen viel stärker zu berücksichtigen, als ich es noch bis jetzt gemacht habe. Das Zweite sind diese Hände, und diese Hände sollen so ein bisschen was zu tun haben mit dem Thema Berührungen usw. also, dass man Dinge auch begreifen können muss. Und ich versuche wieder mit diesen elektronischen Medien, die das begreifbar machen, vielleicht ein bisschen schwer machen, das wieder in Kombination mit anderen Möglichkeiten zu bringen, dass auch das Haptische wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt, und nicht nur die Tastatur der einzige haptische Berührungspunkt ist. Das nächste Symbol sind diese Smilies, und die Smilies, man sieht schon, drücken verschiedene Emotionen aus, und ich denke, dass Lernen auch was zu tun hat mit den Emotionen, und dass wir die eben brauchen, damit Lernprozesse erfolgreich sind, und die Motivation aufrechterhalten ist, und ganz zum Schluss sehen wir noch das Symbol für mich für Struktur. Und wir haben heute mitgenommen, auf der einen Seite wollen wir offene Lernszenarien, ich bin auch voll dafür, aber auf der anderen Seite ist die zentrale Frage hier auch, wie viel an Struktur braucht es noch, und man hat gesehen, die einzige Struktur, die ich vorgegeben habe, das war das hier, das vor mir liegt, das war ein quasi Strukturelement, das geheißen hat, nicht Gitarre spielen oder Klavier, sondern dieses Instrument, und das zweite war die Zeit, die vorgegeben war, die sechs Wochen, und trotzdem ist es Struktur, und vielleicht hätten sich eben manche gewünscht, sie hätten lieber ein anderes Instrument gelernt, und das trifft dann auch wieder den Nagel auf den Kopf des heutigen Nachmittags. Damit bin ich schon am Ende meiner Präsentation, und die ich mit so ein paar kritischen Gedanken noch schließen möchte, auch dieses Symbol habe ich schon, zumindest gestern, reingeladen als Nürnberger Trichter, und ich hatte das Gefühl, nach diesem Lern-Experiment, wir sind genau beim Nürnberger Trichter angelangt, denn wir haben Möglichkeiten, mit dem Internet so viel an Inhalten da oben reinzuschütten, dass es eben überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist, eben sogar schon übergeht, und ob wir nicht ganz was anderes brauchen, nämlich das, was uns ein bisschen so die Evolution vorgibt, das untere Symbol, und die Evolution gibt uns eher vor, dass wir früher sogenannte Jäger und Sammler waren, und das trifft zum Beispiel den Vortrag mit der Reise, dieses Entdeckenden, dieses Suchen und dieses Finden, aber selber suchen dürfen und selber finden, und nicht so sehr immer gesagt kriegen, was man suchen sollte. Und mit diesem kritischen Gedanke für meine eigene Lehrveranstaltung hoffe ich, dass auch bei diesem Beitrag hier, obwohl vielleicht nicht so präzise mit Grafiken und Text aufbereitet, so ein paar kleine Blitzlichter für jeden dabei waren, die uns dann helfen, wieder zurück in unseren Alltag zu gehen und immer wieder über unsere Lehre neu nachzudenken. Dankeschön. Lieber Herr Hoffmann, you made my day. Das war wunderbar. Ich hoffe, Sie haben ähnliche Gefühle, wunderbar Fragen. In welcher Lehrveranstaltung war dieses Experiment angelegt? Keine Lehrveranstaltung, allerdings, ich betreue die Studierenden im Fach Rechnungswesen, ich betreue es im Fach allgemeine Betriebswirtschaftslehre, hauptsächlich Produktion, Logistik und so weiter und kommt genau das durch, was wir heute schon diskutiert haben, eher diese Hardcore-Fächer, die sehr viel an Inhalt, Input, also an Faktenwissen auch benötigen. Bisschen schwerer, wie wenn ich Kommunikation und so mache. Wo mehr im Vordergrund steht, dass auch Faktenwissen dazugehört einfach. Aber wir versuchen, die Studierenden auch zu Strukturen zu bringen, also auch zu Denkstrukturen zu bringen. Aber sonst, es war kein Fach. Also nur einfach einladen und vielleicht ist es aufgefallen, interessant war für mich, bitte evaluieren Sie das nicht, es waren insgesamt 15 Studierende, es war ein Student, 14 Studentinnen dabei, davon haben elf fertig gemacht, das Experiment, weil drei oder vier ungefähr sind verloren gegangen aufgrund des Studienprozesses mit den Prüfungen und so weiter. Zum Schluss waren eben, wie man gesehen hat, nur mehr Studentinnen übrig. Hätte ich auch eine Theorie dazu, aber die mache ich das nächste Jahr. Ja, ich habe aus den Beiträgen der Studierenden rausgehört, alle haben angefangen mit YouTube. Ist doch genau richtig für uns E-Learning. Also wir sind mit unseren Techniken genau auf der Wellenlänge unserer Studierenden. Dass da natürlich in YouTube schlechte E-Learning drin war für das Erlernen der Unharmoniker, ist die andere Sache. Also ich finde, dass dein Experiment uns recht gibt, wir müssen nur die guten Lernsysteme bauen, dass die dann nicht erst zu Büchern greifen müssen. Bin ja auch ganz der Meinung. Trotzdem war für mich überraschend, die meisten Meldungen waren in Richtung, ich gehe mal zuerst auf einen YouTube-Channel und schaue mir das an. Das heißt, für den ersten Überblick mag es ja lustig sein, egal wie gut diese Inhalte sind. Wir haben aber gemerkt, dass das unbefriedigend ist und sind dann deshalb das Beispiel auch mit dem Buch in so strukturiertere und vor allem seriösere unter Anführungszeichen Lernmaterialien eingestiegen, wo sie das Gefühl hatten, da wird es richtig erklärt. Ich habe nur eine kurze Frage. Haben es alle, die abgeschlossen haben, geschafft, etwas vorzutragen auf der Mundharmoniker? Also was man als Lied verstehen kann oder als Melodie? Ja, das war lustig. Insofern, dass alle was vorgetragen haben und wir haben das Spiel gemacht dort. Wir erraten dann, welches Stück das war. Bei der allerersten Vorführung weiß ich das Stück nicht mehr. Das müsste ich nachschauen. Das habe ich nicht erkannt. Das zweite Stück, das war eine Beatles-Nummer. Love Me Too. Das habe ich gekannt, aber auch die meisten anderen. Was trotzdem interessant war und das ist Abschlussplädoyer von mir. Ich habe am Experiment auch mitgemacht, um heute was präsentieren zu können, wie gut auch diese Performance war. Also in die Grazer Messerhalle gehe ich noch nicht. Trotzdem habe ich es einfach versucht und habe auch mitgemacht und das geschafft in der Zeit, die zur Verfügung war. Ja, und die meisten haben bei der Mundharmoniker das Problem, das haben sie erkannt, dass das Spielen der einzelnen Töne das Problem ist. Das steht in so einem Lehrbuch als erstes drin. Beim Klavier habe ich das Problem, alle Töne zu spielen richtig. Bei der Mundharmoniker habe ich das Problem, einzelne Töne richtig zu spielen. Und die meisten haben dann eben so einen Vortrag gemacht. Und dann vielleicht erkennt man es dann oder auch nicht. Also das war so die Erkenntnis draus und alle haben aber was vorgetragen. Bitte schön. Haben die Studierenden den Sinn des Experimentes erkannt oder haben Sie denen am Anfang auch vorgelegt, warum sie das tun? Ich habe Ihnen vorgelegt, dass mich das persönlich interessiert, dass mich vor allem die Lernwege interessieren, die Sie einschlagen, wenn Sie also freigelassen werden unter Anführungszeichen und habe Ihnen auch versucht zu vermitteln über das Lerntagebuch, dass Sie damit auch selbst sehr viel reflektieren über Ihre eigenen Lernprozesse. Da das aber nicht in Forderung standen ist, ist es denke ich zum Schluss ein bisschen abgeflacht und untergegangen. Die Reflexionen, wie man sieht, waren zwar ernst, aber ich denke, wurden nicht übertragen auf Ihre anderen Lernsituationen. Und eine zweite Frage. Wir haben aufgrund von Studien, wissen wir, dass Lehrende oder auch Lernskandidaten eigentlich schlechte Sucher sind. Das heißt, Sie suchen zwar etwas, aber Sie verwenden zum Teil falsche Begriffe. Kann das auch dafür sein, dass YouTube hier keine richtigen Antworten gegeben hat? Das kann durchaus sein, aber aus den Rückmeldungen der Internetseiten, die ich mir dann selbst auch angesehen habe hinterher, war es so, dass die ganz okay waren. Das heißt, auch mit denen hätte ich lernen können, aber mein Lernprozess war so, dass ich mir die angeschaut habe und mit den YouTube-Videos wollte ich nicht lernen. Ich ging dann auch auf ein Buch und das lag dann auf dem Nachtkästern seit über einem halben Jahr und dann ist eben das rausgekommen, was heute heute rausgekommen ist. Genau. interessant ist, dass Sie hauptsächlich englische Videos finden zur Blues Harp und da müssen Sie wirklich tatsächlich wissen, dass das Harp heißt. Und Harp ist bei uns im Kopf normalerweise auch die Übersetzung für Harfe und dass das aber die Mundharmonika ist, muss man wirklich lernen. Also, das hat schon eine Präsenz. Mich würde es trotzdem interessieren, was ist deine Theorie, warum sich nur weibliche Studierende gemeldet haben. Sollte ich jetzt mich schon verraten, oder? Es ist fast, das ist im Lichte des Eindrucks entstanden der Bachelor-Abschlussprüfungen, die wir letzte Woche hatten. Und eine Kollegin hat das thematisiert, die war bei den Prüfungen dabei und hat bei den Studentinnen immer gesagt, trauen Sie sich mehr zu, trauen Sie sich nach vorne gehen, zeigen Sie, was Sie können. Und mit dem Können meinte sie nicht angelerntes, fleißig angelerntes Faktenwissen, sondern das zu übertragen, zu reflektieren, in einen Kontext zu bringen. Und in diesem Turnus ist tatsächlich passiert, dass quasi die faulen Jungs, die immer in der hintersten Reihe gesessen sind, in dieser Prüfung die beste Performance abgeliefert haben. Die haben das geschafft, wahrscheinlich immer nur hinzuschauen und irgendwann einmal die Stücke zusammenzubringen und zu sagen, und jetzt mache ich das draus, stellen Sie sich hin und verkaufen Sie sich. Und mein Eindruck war, es waren also wirklich die, die fleißig sein wollten, die alles aufnehmen wollen und so weiter, die haben sich dann zum Experiment gemeldet, während, wie gesagt, von den Jungs habe ich keinen erreicht damit. Also das ist mal eine dieser Theorien, zu sagen, Studentinnen haben schon eher meiner Wahrnehmung nach so das Eifrige, das Eifern, das Nacheifern, möglichst viel aufzunehmen. Und verlieren sich vielleicht dann da in Details und sehen dann die Zusammenhänge nicht mehr. Haben Sie noch eine Abschließung? Ja, haben Sie eine Frage? Ja, kurze Frage nur. War in dem Experiment eigentlich ausgeschlossen, dass die sich Hilfe von Personen holen, die schon Mundharmoniker spielen können oder war es Aufgabe, das selbst alleine zu erlernen? Es gab überhaupt keine Vorgaben. Also wenn Sie Geld in die Hand genommen hätten und sechs Wochen lang Unterricht genommen hätten in der angrenzenden Musikschule in Kufstein, dann wäre das kein Thema gewesen. Interessant ist nur, Sie kommen auf die Idee gar nicht, weil A, möglicherweise die Limitation von den finanziellen Mitteln her Sie gar nicht auf die Idee bringt und vielleicht auch so ein bisschen immer zu sagen, ich muss das alles selber können. Ich soll es selber suchen, ich soll selbst lernen, heißt für mich alles selber organisieren. Den Eindruck habe ich auch, dass das dann zu einer Überfrachtung führt und dann irgendwann, jetzt komme ich nicht weiter. Ein Statement war ja, ich bin dann irgendwann nicht weitergekommen, man hat es nicht genau gehört, das war die Technik des Bending, die ich selber nicht gut kann, aber durch fester Hineinziehen des Tons kann man die Tonhöhe verändern. Und an dem ich sie dann gescheitert und gesagt habe, das ist so schwer, das kann ich nicht und dann briche ich ab. Bernd hat das hoffentlich ein bisschen die Frage in Richtung. Ja, also vereinzelt habe ich das schon mitbekommen, dass sie sich ab und zu getroffen haben und eine Studentin hat auch rückgemeldet, sie hat irgendeinen Kollegen gefragt oder sie sind in ein Konzert gegangen und haben sich das dort angesehen und hinterher mit den Musikern geplaudert. Das schon, aber nicht wirklich Hilfe im Sinne von einer physischen Lehrperson. Okay, keine Fragen mehr. Dann darf ich mich bei allen Vortragenden bei Ihnen besonders bedanken. Herzlichen Dank für diesen tollen Abschluss. Ich glaube, wir sind inspiriert. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.